Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hebeldepots. Geführt wird dieses natürlich von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin der Aktionär. Schön, dass du da bist. Wir blicken mal wieder rein, was sich getan hat und starten mit Evonik. Alter Bekannter, langen Zeit deutliche Minus. Das Minus wird aber immer immer kleiner. Jetzt ist es nur noch 4,3 Prozent. Also war, glaube ich, gut, dass du daran festgehalten hast. Ja, denke ich schon. Wir waren ja hier im Bereich von 28 Euro schon 60 Prozent im Minus. Dann haben wir nachgekauft, nachdem wir diese Seitwärtskonsolidierung beendet hatten. Bitte nicht von diesem Absturz heute verunsichern lassen. Das ist 1,15 Euro Dividende, das die Evonik ausgeschüttet hat. Wir sehen, minus einen Euro. Das heißt, weitere 15 Cent draufgepackt. Schadtechnisch hat sich dadurch die Situation natürlich etwas eingetrübt. Wir sind wieder knapp unterhalb der 31 Euro Marke. Das ist natürlich schade, aber der Schein hat sich deutlich erholt. Wie du schon sagst, wir waren zwischenzeitlich schon im Plus. Jetzt minus 4,3 Prozent. Damit können wir wirklich leben. Und von daher, ja, bleiben wir dabei. 32,50 Euro ist die Basis. Die Laufzeit des Scheins bis Ende des Jahres, also genügend Zeit. Und die Kursziele ranken sich ja teilweise bis 37 Euro. Und das sehen wir auch auf Sicht Ende des Jahres durchaus als erreichbar. Und dann wären wir mit dem Schein, denke ich mal, auch schön dabei. Noch ist es aber der schlechteste Wert im Depot. Wir kommen gleich zum Besten, der jetzt folgt. Das ist Siltronic. Mittlerweile 156 Prozent. Das ist ja schon lange in diesem Bereich. Hat sich es ja abgespielt seit einigen Wochen schon. Ja, was machst du damit momentan? Einfach mal daran festhalten? Einfach mal daran festhalten. Also wir bewegen uns hier in einem Keil. Und es schaut vielleicht nicht mal so schlecht aus, dass wir da wieder oben rausgehen und dann die 160 Euro Mark auch wieder angreifen. Ich glaube, wir müssen da jetzt nicht groß drüber reden. Was für Siltronic spricht, haben wir an dieser Stelle schon sehr häufig gemacht. Wir bleiben dabei. Okay, dann schauen wir jetzt zum zweitbesten Wert im Depot. Und das ist jetzt mittlerweile schon SAP. Also hat man den Nordic Fish Pharma Index abgelöst. Ja, wie gesagt, SAP war hier unten deutlich zu billig in meinen Augen. Das Ganze hat sich durch die Zahlen zum zweiten Quartal gezeigt, dass wir hier richtig liegen. Und ja, die 100 ist in greifbarer Nähe. Und das werden wir auch auch sehen, glaube ich. Genau, momentan 81 Prozent hier das Plus. Beim Nordic Fish Pharma Index sind wir ein Plus. Auch sehr, sehr gut von 73 Prozent. Aber so der ganz große Hype ist anscheinend erstmal raus. Der ist vorbei. Wir hatten, wir waren am Mittwoch bei 4,90 Euro. Und schon mit Kollege Vögel beraten, gehen wir doch mal raus, weil dieses Momentum fehlt. Wir sehen es hier an Marine Harvest. Ja, das nach dem steilen Anstieg. Es waren von 14 auf 18,50 in kurzer Zeit durchaus überkauft. Wir waren sehr weit von der 200-Tage-Linie weg. Deswegen bleiben wir dabei. Jetzt stehen wir schon wieder 30 Cent höher. Ja, kann sein, dass wir da mal die Hälfte rausnehmen aus der Position. Durchaus. Okay, wenn wir also ganz genau beobachten, schauen, was sich da bis nächste Woche eventuell getan hat. Und schauen jetzt auf BMW. Ist auch ins Minus gedreht. Leider, ja. Trump und die Strafzölle sind mal wieder gefahren. Genau, jetzt sind wir genau in der 200-Tage-Linie. Dort, wo wir eingestiegen sind, sind wir jetzt wieder gelandet. Ist natürlich bitter, nachdem wir doch deutlich im Plus gelegen waren. Die letzten, das waren jetzt drei Handelstage, ging es natürlich steil bergab, wobei ein Tag dabei ist mit Dividendenabschlag. Also muss man das Ganze auch wieder relativieren. Aber natürlich hat sich das Bild jetzt eingedrückt. Wir bleiben noch dabei, weil, wie gesagt, wenig passiert ist. Aber man muss natürlich die Situation im Auge behalten. Ob jetzt der Import von Autos die Sicherheit des Landes gefährdet, wage ich mal zu bezweifeln. Es ist der Stil eines Donald Trumps. Säbelrasseln auf hohem Niveau, auf voller Lautstärke, um dann die Partner zu Zugeständnissen zu bewegen und dann das Ganze zurückzufahren. Er ist mit dieser Methode durchaus erfolgreich. Ich glaube, wenn man sich die Börse anschaut, wenn man die Arbeitslosen anschaut, daran wird er sich messen lassen. Und da ist er auf einem sehr guten Weg. Muss man ihn einfach so konstatieren, auch wenn man ihn für was, was ich hält. Aber er macht das, wie er es angekündigt hat auch. Und ja, deswegen darf man da jetzt auch nicht groß sich beschweren, weil es war so angekündigt alles. Genau. Und in Sachen Strafzölle will er das Ganze erst mal prüfen. Also mal schauen, was bei rauskommt. Genau. Und der Wert bleibt vorerst im Nippo. Wer ist schon noch vorgebost? Da läuft es gut, mittlerweile sehr gut, 14, fast 15 Prozent. Ja, jetzt fehlt noch ein bisschen ein Tick und dann sind wir bei der 80. Schaut wirklich technisch sehr gut aus. Zahlen waren auch okay. Ja, also das Unternehmen ist ja, kommt aus einer schweren, ich will nicht sagen schweren Krise, aus einer Krise, befindet sich wieder auf einem positiven Weg. Und jetzt müssen wir natürlich über die 80 noch raus und dann wird gefeiert. Noch gar nicht so lange mit dabei. Seit 7. Mai erst Morphosis. Aber auch seitdem, schalten wir jetzt hin, ging es schon fast 15 Prozent ins Plus für den Wert. Das läuft. Also hier war der Widerstand. Und als wir da ausgebrochen sind, haben wir prozyklisch gekauft. Der Kauf hat sich bislang als erfolgreich herausgestellt. Morphosis mit seiner Datenbank super aufgestellt. Also bleiben wir auch an Bord. Neben dem Nordic Fish Pharma Index gibt es noch einen zweiten Index. Im Depot, das ist jetzt exemplarisch Amazon, die sich in dem Index befinden. Das ist der Aktionär Titan 20 Index. Also 20 Top-Werte aus unserer Sicht. Der Index ist auf ein neues Hoch ausgebrochen. Deswegen hatten wir hier den Einstieg auch gewagt. Es gab Zuschriften, manche können ihn nicht handeln. Das liegt an der Steuergesetzgebung in Amerika. Dass manche Broker einfach sagen, wir handeln dieses Produkt nicht. Bei FlatX zum Beispiel, unserer Schwestergesellschaft, kann man das handeln. Wir haben in der Zwischenzeit unseren Abonnenten auch Alternativprodukte, Faktorzertifikate auf den Index vorgestellt, die unseres Wissens nach bei den meisten Brokern gehandelt werden können. Ist natürlich schade, dass diese Problematik immer noch nicht gelöst ist. Zwischen Emittenten und Banken, also und den Brokern. Aber da müssen wir einfach jetzt durch. Wir sind jetzt, wie gesagt, dabei. Es hatten auch einige Leser die Möglichkeit, das Produkt zu kaufen. Und die dürften sich schon mal freuen. Über 5 Prozent. Gut angelaufen. Ausbruch bestätigt. Ja. Okay. Wir werden es weiter verfolgen, solange das Produkt im Depot bleibt. Und schauen jetzt mal auf die Gesamtperformance. Seit der Auflegung 4,7 Prozent mittlerweile schon. Also letzte Woche waren es noch 2,3. Nochmal verdoppelt. Ja. Wir waren auch schon minus 20. Also von daher sind wir sehr zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das zeigt, dass wir doch mit unseren Depot-Positionen nicht so falsch gelegen waren. Wie gesagt, Evonik war einer der Gründe, dass wir so schwach waren auch, die sich natürlich extrem erholt hat. Bei Citronic überragend, SAP. Und von daher, es ist jetzt noch nicht ein Stand, um in Euphorie auszubrechen. Aber für den schwierigen Markt, den wir einfach haben, können wir damit sehr zufrieden sein. Was natürlich ist, die Kasse ist leer. Also wenn wir neue Positionen eingehen wollen, dann müssen wir was verkaufen. Ich hatte es angesprochen. Fischfarmer könnte mal sein, dass da die Hälfte rausgeht. Oder auch mittlerweile bei SAP, auch ein schwergewichtet mittlerweile im Depot. Das sind die Positionen, die nicht unbedingt komplett verkauft werden müssen, aber doch vielleicht mal reduziert werden können. Okay. Wir sind gespannt. Dankeschön für heute, Thomas. Sehr gerne. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.